So, ich habe jetzt den Sitz des Drachen gebaut. Eins von sechs Päckchen. Der Kopf kommt noch. Und dann hole ich euren Kopf. Was? Was? Schildkröten. Sehr faszinierende Lebewesen im Meer. Sie haben einen Panzer, genau wie die Deutschen. Sind Schildkröten Deutsche? Das ist hier die Frage. Sie essen auch sehr gerne Fleisch. Wie die Deutschen. Sie essen gerne riesige Kakteenblätter. Sollten sie nicht tun, weil sie sich an einem Papier stechen. Was hat das mit Papier zu tun? Keine Ahnung. Alter, was ist das mit deiner Kamera? Die hinterlässt Schmiere. Du hast mich nach dem Hallo. Die hinterlässt Schmiere. Siehst du das? Warte mal, ich mache nochmal ein Foto von der Cam, okay? Dann zeige ich dir. Ich habe an der Cam nichts gemacht. Auf jeden Fall, spielen wir heute. Counter Strike. Oh Gott, it's happened to me. Die Challenge ist heute, dass wir nur mit einer Pistol spielen. Und ich bin fucking schlecht im Pistol spielen. Genau deswegen machen wir es auch. Das ist übrigens der Fabian. Weiß wie Stein. Ich verstehe kein Russland. Oh ja. Oh ne. Ah komm. Ja. Weg damit. Ja. Uuuh. Fabis Statement zur Challenge. Ja, gehe gut aus. Oh Fabi, lass mal rein. Lass mal rein. 20.000 Volt Kill. Ah. Oh. Hey, was kann ich sagen? Ich verstehe deine Sprache nicht. Kannst du bitte Deutsch reden? Deutsch bitte. Spino, bleib. Du hast ja noch Spino. Was hat denn da mit der Grund? Dann öfft einfach sein Drucker. Oh, Gott sei Dank. Oh Fabi. Oh. Let's go. In der Dose und richtig laut. Oh. Nice. Uuuuuh. Hahaha. Ha. Hey. Mann, bleib, bleib, bleib. Ein richtiger Free Kill. Aber nee, Junge, er ist einfach inkompetent, du triffst nicht. Er ist einfach echt nur ein Schlecht. Achso, du. Nee, mich ein Schlecht-Herr. Alter, er hat auf die Fresse gekriegt. Lasst ein Like da, abonniert und wir sehen uns. Schreibt alle die Kommentare, dass Olaf Schliebach mit mir mal eine Runde League of Legends spielen soll.